Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagdmacht ein Ticket und heute habe ich das Spiel ganz auf Glory. Ich werde erstmal starten. Und ich muss erstmal die Musik ausmachen und warte wenn sie kommt, weil ich muss sie ausschalten. Sonst kriege ich eine Verwarnung. Ach ne, gut. Ich habe vorhin schon mal ausgeschaltet und da habe ich mir gedacht, da ist sie gleich auch nochmal da. Aber ist sie nicht. Gut, dann geht es jetzt weiter hier. Gut, dann schauen wir mal. Nachrichten. 100, über 100 Nachrichten auf jeden Fall. Hm, ok. Niederlage. Oh, die haben mich angegriffen. Ich habe mich angegriffen. Ich habe mich angegriffen. Ich werde mich angegriffen. Kasper kann innen, das kann ich innen, aber nur das Kleinigkeiten anfängt, verwalten alle aussehen alle löschen so ist auch viel leichter verwalten alle aussehen alle löschen oh shit Gut, jetzt schauen wir mal nach, erstmal alle heilen hier, öffnen, Tingle und Reddok. hmmm VIP einfordern und das auch Oh, ich bin fast vor 4, VIP-Level 4, Allianz. 100 brauche ich, ah, fehlen noch ein paar. Oh, das brauchen wir jetzt nicht. Oh, ich bin fast. Was haben wir hier? Kaufen nicht. Einfordern, okay. Einfordern, okay. Kaufen nicht. Meine kleine Armee ist noch da. Gut, die leben noch. Okay. 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 Das ist vorbei. Ich hätte noch nicht mehr angefangen. Ich mache da noch die hohen Punkte weg. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube 16 Diamanten haben. Mhm, 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 mhm. Gleich fertig, dann geht's weiter. Oh, ich kann nicht mehr. Zu wenig Schmerzen. Gut. Was ist hier? Okay. 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 Oh, gratis. Schauen wir mal. Haben wir schon. Den müssen wir auch schon haben. Oder nicht? Egal. Was brauche ich denn? Die Steine brauche ich. Mache ich erst mal den auf 500 und den... Ah, ok. Geht sowieso nicht mehr. Ich glaube gleich auf Steine gegangen. Ja, ist ja nicht so schlimm. Geschenk. Gut, dann werden wir jetzt mal hier schauen, was wir machen können. Er möchte bauen. Das verbessern. Wird gemacht. Eine Spende. Ja. 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 Gut, fertig. Hier ist irgendwas los. Ah, den hab ich doch nicht gehabt. Der ist neu. Und ich mach den mal auf Level 8. So, Level 8 ist er. Gut. Gehts weiter. Was haben wir jetzt noch? Schau mal. Stallungen. Ausbilden. Level 3. Wird ausgebildet. Was ist denn los hier? Es bewegt sich auch immer das Bild. Wir gehen auf Wirtschaft. Wirtschaft. Wurde angegriffen. Verteidigung ist glaube ich auch gut. Waschen. Waschen. Das kann ja mal kurz so warten. Diese paar Sekunden. Das geht ja klar wenn er jetzt wartet. 20 Sekunden ist auch noch kurz warten. Warte. Was mach ich denn gleich danach? Hm. Ich bin mir nicht sicher. Ich schau mal was ich noch machen muss. Und. Ja. Dann gehts weiter. Ok. Sieben Minuten. Okay. Was haben wir hier noch? Marsch. Oh. Drei Kisten. schon mal drei kästen freigespült ich muss noch ein wächter einmal da war einer da war level 1 aber erst mal den das Level Ist hier rauf? Am vorhin? Speichern, ok Machen wir erstmal den Level 1 auch, oder? bevor ich keine Erfahrungspunkte mehr habe Ah, ich hab hundert Stück davon Acht, genau Richter Den auch auf Acht Mach jetzt alle Richter auf Acht ? Gehe Das waren die Zeile recht auf 8, aber ich könnte mal nachschauen ob ich vielleicht einen ein Stern geben kann, das wird hier dann immer angezeigt, wenn ich, da muss ein roter Punkt sein, ok, da, da war einer, und hier auch wieder, ok, die habe ich nicht, was muss ich da jetzt machen, ach so, weil die einen Stern gekriegt haben, kriegen sie doch mal Erfahrungspunkte, der möchte auch Stärke haben, bitte, schön, krieg da... Gut, 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 gut. 10 Minuten und 60 Minuten. Beschleunigen. Ich soll jetzt 10 Minuten verwenden. Ich habe keine 10 Minuten. Geht auch 2x5 Minuten. Beschleunigen. Ich kann 10 Minuten verwenden. 10 Minuten. 2 habe ich schon, 3 fehlen noch, ah, was mache ich da, nicht verbessern, das brauche ich, ok, was kann ich jetzt noch machen, Geschenke ist verfügbar, sammeln, Dankeschön, Dankeschön, Kaserne, jetzt bin ich hier wieder bei Marsch, ach, Mensch, ich muss doch jemanden angreifen, oder nicht? Verwende Ressourcen Gegenstände, töte eine Bestie, ich bin hier, und eine Bestie ist, ich sehe hier keine, dann suche ich eine, genau über mir, ja, wie konnte ich den übersehen? Mach! Wo ist alle? Oh, das ist mir, glaube ich, ein französisches Töne gleich, ich wollte noch rekrutieren, ach, da komme ich gleich hin, dann kann ich ja das hier machen, verwende, 3 4 5 3 Jetzt müsste die Stunde auch um sein. Kommt noch, spende 30 mal an Allianz, 25 habe ich gespendet. Ich habe nur 2 mal geholfen, 30 mal, verwende 5 Ressourcen Gegenstände, 5 Ressourcen, 5 Stück. Waren das keine Ressourcen? Nein. Scheiße. Mist. Dann nochmal. Ressourcen liegt aber unter Ressourcen. Das sind aber keine Ressourcen. Hm. Was soll ich dazu sagen? 5 Stück. Dann haben wir jetzt noch Töte für Fallbestien. 10 mal. Sammeln, 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 Sammeln. sammeln. Ach je, Mini. Okay. Also ich muss zehnmal gegen Bestien kämpfen. Und noch zwei rekrutieren. Jetzt nur noch einen. Könnt ihr den auch so rekrutieren. Ich habe 1500. Gerade gesehen. Na, Gila. Sorry. Ich wollte in Königreich. Ich wollte noch neun weitere Angriffe machen. Dann wollen wir mal ein bisschen steigern, oder? Suchen. Level 2. Ich weil ich mich zeigen. early shot. Ich weiß nicht, dass ich die Angriffe scorelebe. Wo? Wie? Untertitelung des ZDF, 2020 Also haben wir gewonnen In Level 2 ja In Level 3 Schauen wir uns die anderen roten Punkte an Was ich da machen kann Hier ist noch eine Nachricht Bestimmt von dem Sieg Ah ja, klar Läuft Stimmt Ist das wieder drühe Mit Level 15 Ich bin noch nicht 15 Hm Ressourcenbeute Läuft da aber nicht bei den Ressourcen mit dabei Dann suchen wir uns ein Lippenvierer Nachrichtigung Sieg war ja klar Ja Ich hätte die auch beeilen können und nachziehen können Obwohl ich sehe auch da, wenn roten Punkt leuchtet Oh Muss ich nicht so kompliziert machen Der Fünfte Okay Level 5 Angriff Geht da runter Geht da runter Haben die Angst Geht da runter Geht da runter Geht da runter Dann geht's Geht da runter Ja Geht da runter Geht da runter Ja Oh Den kann ich bestimmt auch schon wieder rekrutieren Ok Ah Hier ist was Forschung Neue Geht da runter Das Cu will Vorschau, Verteidigung, 8 Minuten, gehen wir weiter, ok Spende, Allianz, Allianz, das geht nicht, 5 Biester noch suchen, und halten, so, wir schicken euch mal eine Rente, mal schauen, bis welchen Level wir kommen, schaffen wir den, oder nicht, da sind sie, Musik, sieht doch schon mal gut aus, ich glaube es wird langsam schwierig für mich, mal nachschauen, wie viel wir verloren haben, 1%, ich habe 13.300, das 10-fach, Marsch, Gibt es hier eigentlich auch was, um die Angriffe zu verstärken, Verteidigung, erhöht die Anwarschkapazität, mit 1,5-10% Ankerschein, 2 Stunden zu, so, ja, gibt es auch, gut, Sieg, jawohl, so, ja, da sollen wir schon mal, den achten, und wir gehen, der Nachricht rein, schauen, wie viel Prozent wir jetzt verloren haben, nur noch 1%, so, ja, es werden aber ein bisschen mehr Leute, jetzt, 200 mehr, und, so, ja, und, so, ja, und, so, ja, jetzt, und, das hier, empfohlen Stärke, 155 Millionen, okay, ich habe die Stärke von, ne, 106.000, kann man sich mal schauen, wie viel Stärke der hat, ah, werde ich ja gleich sehen, wenn ich die 9 aufdreife, ey, es handelt bei Level 9 schon, richtige Wüstung an, ne, okay, oh, gut, die sind schon Level 23, 2400, hm, 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 Level 9, Level 9, das sind zurück, ich brauche eine Stärke von 1900, ich brauche eine Stärke von 2000, ich brauche eine Stärke von 2000, ich brauche eine Stärke von 2000, und, Level 42 ist der, weil der hat hier eine Flagge, und Level 10, und der hat die Flagge nicht mehr, dann würde ich sagen, dass Level 42 ist, empfohlene Truppe, 120 Millionen, ach, ne, das ist ein Computer, ach, 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 ne, gut zu wissen, gut zu wissen, oder auch nicht, das war 9, und jetzt kommen 10, 10, das schaffe ich nicht, 10, das schaffe ich nicht, aber, wir probieren das mal aus, 5, 5, ich bin nur 200 stark, auch nur 1% verloren, das Unterschied zwischen 9 und 10 so stark ist, heftig, Verwaltung, alle lesen, alle lesen, jawohl, jawohl, hm, 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 nicht mehr, das ist so, er hat sich, nicht mehr, angeregt, aber, ja, ihm, wie, hat sich das, marcat, Zwei Schwerverletzte. Okay. Gehen wir mal zurück. In der Basis und Sammeln. Heilen. Zwei Sekunde. Was jetzt? Okay. Okay. Und hier haben wir Forschung. Okay. 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 Auf Marsch gegangen. Mensch. Ausdauer. Erkunden. In Feliz. Wir sind hier. Wir können nur nach links. Obwohl oben die Tür offen ist und rechts auch. Wir müssen auch durch die Tür. Kiste öffnen. Jetzt geht es nach unten. Von oben kommen. Und hier gehen wir nach rechts. Kampf. Das werde ich nicht schaffen. Das werde ich nicht schaffen. Okay. Alle drüben gefunden. Alle drüben gefunden. Und hier. Halbes Lehm weg. Das sieht so schlimm aus für mich. Was ist das? Was ist das? Okay. Wer werfen. Ich muss. Das. Hm. Ah ja klar. Da komme ich jetzt nicht weiter. Hm. Hm. Gut. Dann. Kommt das einmal dran. Oh. Ich brauche 4. Habe ich nicht. Schauen was jetzt noch dran kommt. Schauen was jetzt noch dran kommt. Truppe marschieren. Alles fertig. Schön. Da können wir jetzt noch einmal kurz gucken. Ob hier was aufblinkt. Wie bei der hier. Äh. Ich brauche ein epischen. Ein Pferd. Ein Pferd. Und ein. Nehmen wir den als episch. Und. Ich brauche 2 epische. Meine Güte. Hier brauche ich auch 2 epische. Hier brauche ich auch 2 epische. Hier brauche ich nur 1 episch. Das ist gut. Gut. Und die bisstelle. Und hier brauche ich 1 episch. Auch gut. Und. Und. Die sind jetzt alle unter Sprex. Gut. Dann geht es jetzt weiter. Wir. Die Bank. Abholen. Und. Kommt wieder einzahlen. Ein Monat geht das. Also. Ich war vor einem Monat letztes Mal online. Vor über einem Monat. Besser gesagt. Vor über einem Monat. Dann haben wir hier. Schießbrüder. Vor über einem Monat. Besser gesagt. Dann haben wir hier. Schießbrüder. Oh. Okay. Wenn ich das machen möchte. Muss ich es kaufen. Auch doof. Ich habe 2 Schlüssel. Aber kann nicht. Dass ich es frei kaufen muss. Naja. Ähm. Alles mit kaufen hier. Probieren wir mal. Los. Schneller. Los. Schleller. Los. Schleller. Los. Schleller. Jawoll. Der war aber ganz knapp. Dem zehnten werden wir nicht. Können wir es ja mal probieren. Aber. Oh. 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 Okay. No. Oh. 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 Weg ist er. Niederlage. Ich sage. Er zieht mich mal wo ich schon. Wenn wir das auch schon mal fertig. ich jetzt ist nichts hier ist noch etwas reparieren Da gehe ich auch noch kurz hin und rechte an, ich probiere die hier nochmal auf Level 30 und das haben wir freigeschaltet. Schale Freischalten, ich brauche 4 solche Epic-Dinger. Ah, hier. Ah, hier. Ich vergaß, die Stärke bei ihnen zu verteilen. Da ist noch eine Truhe. Sammeln. Akademie, Forschung, Verteidigung. Gut, das war es denn jetzt für heute, dann sage ich mal. Dankeschön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschau, tschau. Tschau, tschau.